Hallo, ich bin die Nicole. Ich bin im ersten Lehrjahr bei BIPA und ich mache die Ausbildung zur Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Parfümerie. Ich bin die Katharina. Ich bin im zweiten Lehrjahr bei BIPA. Ich bin im Einzelhandel mit Schwerpunkt Parfümerie. Hallo, ich bin die Miguel. Ich bin im ersten Lehrjahr und lerne bei BIPA Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Parfümerie. Es ist abwechslungsreich. Ich will mal vieles Verschiedenes machen, ab und zu Kasse, ab und zu die Ware räumen. Es ist sehr spannend, umfangreich. Immer viel Neues. Und kreativ bei den Marktplätzen, wenn man etwas gestalten muss oder in der Filiale generell. Also im ersten Lehrjahr lernen wir hauptsächlich mal so die Filiale kennen. Haben diese ersten Basisschulungen, wie gehe ich mit den Düften um, mit den Produkten, mit den Kunden. Den freundlichen und höflichen Umgang mit Kunden. Langsam mit der Ware anfangen. Und im zweiten Lehrjahr ist es aber schon so, dass man mit der Kasse anfängt. Und das aktive Verkaufen, genau bei der dekorativen Kosmetik und so. Die Bestellung, die Kasse, Retouren. Und im dritten Lehrjahr wird dann schon geschaut, so eher Führungsschiene oder machen wir eine Fachausbildung, wie zum Beispiel zur Visagistin. Also mit meinem ersten Lehrjahr halt habe ich mir eine Uhr gekauft, die ich schon länger hauen wollte, aber dann mit dem ersten habe ich es mir gekauft. Mein erstes Gehalt ging für die Reparatur meines Mopeds drauf. Also zuerst soll ich mir gleich die Haare färben lassen und schneiden. Und den Rest habe ich eigentlich nur für Essen ausgegeben. Also mein Lieblingsprodukt ist das Be Good Duschbilling mit Erdbeerababa. Von Gosh der Bronze. Also mit Abstand mein Lieblingsprodukt ist mein Haarspray. Ohne den geht in der Früh gar nichts. Bei uns im Team ist es super. Wir verstehen uns alle sehr gut. Wenn was nicht passt, dann sprechen wir es gleich an. Es ist jedes Mal lustig. Man hat jeden Tag was zum Lachen. Wir haben ein sehr gutes Klima. Also wir kommen alle miteinander aus. Und es gibt eigentlich keinen, der nicht mit dem anderen klarkommt. Wir gehen alle sehr nett miteinander um. Immer viel zu lachen. Und vor allem, es ist auch wirklich, jeder hilft dem anderen, auch wenn der andere jetzt Hilfe braucht. Also ich mag die Zusammenarbeit mit meinem Team sehr gerne.